ich habe nur nicht viel online gezockt und ich glaube ihr geht es auch nicht anders fand ich echt wieso da vorhin vier sterne stand bei den comms, keine ahnung los 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 lucky man gegen kommissar okay das wird witzig kann ich das kann ich nicht okay oh gott das war nicht schlecht zusammengearbeitet würde ich mal so sagen schlag mich nicht mit deinen pendeln was zur hölle lucky punch macht glaube ich ordentlich viel damage solange ich gut gelaunt bin das ist auch nicht schlecht wie ich ausweiche nein nein ach verdammt okay das ist combo breaking nope keine chance so kriegst du mich nicht zumindest nicht wenn ich es verhindern kann okay aber ich glaube ich komme mit lucky man relativ gut klar ach verdammt bis ich zumindest jetzt gerade das gefällt habe okay lasst mich kurz aufladen kann man ja verdammt voll ausweichen und so nicht funktioniert nicht so wie ich mir das gedacht habe bärm und natürlich gleich mal noch den mega lucky blieben bis hin ich wäre mir grad er 3 okay 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 steht dahinter lucky beam wow okay all right kann ich den auch fern angriff ausführen ich probiere mal was aus wie geht ja ich glaube ich nennen sie es in der folge gerad ist besserer name oder besser auszusprechen treffe ich ihn bam ich erledige mal kurz seinen gegner nein ja verdammt ja dieser scheiß kreisel echt habe ich vorhin gar nicht gesehen ja man kann ihn natürlich leicht ausweichen ach wenn ich komplett leer bin dann okay und dann lade ich mir wieder mein glück auf ich verstehe so langsam verstehe ich es wirklich bitte noch ein bisschen ich lasse sie mal da alleine mir leid immer noch achso ah ne r kreis war es r1 kreis war es nicht r1x ich dachte r1x würde für meinen luck aufladen offenbar nicht ah verdammt ah hilfe nein 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 äh ich sollte schleunigst von ihm abstand nehmen nope oh shit oh shit das war perfekt von ihm ah oder nicht komm her hilfe das braucht er ewig zum aufladen what the heck ja keine chance okay ich weiß wie man es auflädt aber keine ahnung wie oder wann man das machen soll rein theoretisch au wird dann plötzlich von hinten angegriffen mies oh god ah das kann man natürlich zu leicht ausweichen ah hilfe oh god was tust du da cpu manchmal würde man das echt bei den cpus nicht denken dass sie das sind okay komm an christina noch bitte nein oh god ich komm grad gegen ihn nicht klar ich helfe mal kurz ihm aus ähm ihr aus so rum komm an äh aua nö keine chance also was bitteschön soll ich da gegen meinen pech machen also sobald der im pechmodus ist hat man keine chance ihn aufzuladen ich werde ihn trotzdem versuchen zu benutzen aber 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 mehr als ihn aufhalten kann ich leider nicht machen so wirklich damage mach ich nämlich nicht bam ah 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 oh god das oh ja na super die bots fangen schon an richtig schön zu kontern was hab ich denn da noch für eine chance das äh hat nichts gebracht würde ich mal so sagen oh god und jetzt ist sowieso der falsche zeitpunkt lucky man is useless come on bitte wie lange muss ich denn noch aufladen es bringt gar nichts äh jetzt hat es was gebracht okay au come on äh äh könnte ich bitte mal einen coolen Angriff machen hier noch mit lucky man i'm useless im moment bin ich echt mega useless time up hat gewonnen wir haben gewonnen ui 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 wow lucky man useless aber sowas von ah und ich schreib es natürlich noch falsch falsch warum äh mach ich jetzt heute die rechtschreibfehler in den chat rein okay naja meine rechtschreibung ist auch sehr schlecht damit dem 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 oh sehr schön äh super ich nehme mal kurz noch jemand anders und zwar einen den wir noch nicht genommen haben den ja glaube ich super äh beide spezschütze zu nutzen wo ich meins auch mal machen will ach so tut mir leid oh jetzt ist der typ weg ich habe ihn für dich gekillt so okay probieren wir mal den aus ich glaube den habe ich bisher auch noch nicht gehabt weil ich den ich meine den habe ich erst äh vor kurzem freigespielt oder gekauft in der letzten episode dem 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 außerdem ist lucky man nur nützlich solange ich seine specials mache okay schauen wir mal ja normalerweise sollte man schon die specials auch aufteilen au okay eins kann ich schon mal sagen zeppler ist sehr stark zwei drei oh 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 Gott kann ich abwehren ja natürlich so lass mich hier auch mal bitte was machen okay auf ich bin schneller okay ich habe noch keine richtige ahnung was ich hier eigentlich zur verfügung habe aber das war glaube ich nicht schlecht sehr nett sehr nett die crossbreaks attacke sind glaube ich echt nützlich auch wenn wir die bisher noch nicht so häufig hinbekommen haben aber es wird besser sehr schön einer schon mal down dann machen wir den anderen auch noch down teamwork for the win kagoda hilf mal kurz und dann werde ich auch mal hier kurz mal mein special zeigen bevor ich nachher nicht mehr dazu komme okay was hat der überhaupt für ein special ich habe keine ahnung vielleicht bin ich auch zu weit weg das hat es gebracht würde ich mal so sagen diesmal warte ich auf ihr ja oh amaterra so besser gesagt äh wie heißt das ding au ich wollte na gut von mir aus wir haben ihn trotzdem down gekriegt ich wollte ihn mehr in die reichweite von ihr schicken aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt okay was habe ich denn als special das hier coating okay das raufbrennen au au natürlich kann ich wirklich nur da weiter angreifen angreifen danke für das amaterra so au kagoda ja no irgendwie komisch dass man sich da teilweise selbst gegenseitig angreifen kann na na der mit spin down 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 aber wir haben die anderen bald sollten wir zumindest wenn wir jetzt nicht gebrushed werden das wäre nicht so gut mal leicht auszudrücken mal leicht auszudrücken okay andere achso ich habe gar keinen fernangriff gell Hilfe so vielleicht okay es war ein bisschen lames finish aber gut von mir aus mhm gar keinen fernangriff ist schon heftig aber es ging ja auch ganz gut hm weiß nicht wie ich den kreiber finden soll anderer anderer ja sasuke ist um einiges besser als naruto ja das stimmt len len madada ist auch ziemlich gut finde ich persönlich also ein bisschen langsam und so aber sein konter ist genauso stark wie zunas wenn ich es auch schon eine weile lang nicht mehr gezockt habe aber jetzt nicht wen haben wir noch nicht gezeigt ich glaube aralee ja ich glaube aralee könnte noch ganz gut passen machen wir eine runde aralee why not why not online modus naja so wirklich online gegner da muss man einfach viel zu lange warten darauf habe ich keine lust und keine zeit vielleicht werde ich mal ja natürlich werde ich mal wieder eine runde gegen gegner aus online zeigen aber jetzt im moment haben wir beide eigentlich mehr lust einfach so zusammen gegen cpus zu trainieren damit wir besser werden unser teamwork besser wird damit wir diese cross break so wie die heißen besser hinbekommen und das macht glaube ich auch mehr sinn und irgendwann können wir uns dann auch immer wieder online gegner stellen und die dann total fertig machen hoffentlich vegeta äh was freezer freezer war es nicht vegeta das ist unterschiedlich nam okay eisen ist auch sehr mies er hat einfach ein paar schöne immobilisationen drauf Aralee, Noromaki und Gachan Wenn wir schon sie nicht in Ultimate freispielen können, weil es zu schwer ist, dann halt hier, okay Schauen wir mal Das ist ja fies Come on, Aralee Das kann ich ja nicht genau machen Oh, okay, das ist schon mal wahrscheinlich nicht schlecht Oh Gott Los, stürmen Und dann kann ich schön auf die Brau fahren Oh Gott, ich habe keine Stamina dafür mehr gehabt Ah, verdammt Lass mich mal kurz aufladen hier Aber Warum, was gibt es hier? Moment, das ist dasselbe Hä, ich habe vorhin falsch gedrückt Ah ja Ah, das ist ein schönes Kamehameha Au Irgendwas hat mich getroffen Kiloba, hilf mal kurz Ah Ah, Hilfe Dürfte ich dich auch mal treffen? Ach, Aralee spielt sich auch nicht ganz so schlecht Gut Gut Ah War echt schwer auf einen Gegner sich konzentriert zu halten Bam Und ich glaube, Vegeta ist bald down Wenn es so weiter geht Au Ich bin down Was rede ich hier über Vegeta? Ich bin down Also schlecht Das ist sehr schlecht Okay Okay Come on Ähm, was kann ich denn tun als Ich kann hier ein bisschen Hilfe Nein, so klappt das nicht Los geht's Bam Und dann kann ich natürlich Schön Ach, Eisen Lass es Eisen Ja Ja Die Computergegner arbeiten gerade sehr gut zusammen Ah Ah Das ist seine Megaform Trotzdem bin ich gleich tot Da kann ich leider nichts mehr wirklich ändern Und sein Ja 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 Uiuiui Okay Aralee ist nicht mein Scher Nein Eindeutig nicht Gut Dann schauen wir mal Mein Victory Burst Ist halt verdammt gut mit Aralee Aber sonst Nein Die ist sicherlich ein guter Char Ich komm nur nicht mit dir klar Ganz eindeutig Ganz eindeutig Was Mit dem du rockst Damit das kompensiert wird Okay Gut Dann nehm ich mal jemand Mit dem ich rocke Mit wem Wie rocke ich denn Ich rocke mit Äh Zuna Ich gehe völlig von der falschen Seite ran Auch mal gut Denn Mal wieder ein Zuna-Duell Juhu Freu mich Und schauen ob ich überhaupt noch kann Nachdem ich ihn schon so lange nicht mehr gespielt habe Vegeta habe ich noch gar nicht freigespielt Glaube ich Oder Ansonsten könnte ich ihn auch gleich mal nehmen Noch als neuen Char Was bei dir ist eigentlich Wenn wir beide die gleichen Charaktere nehmen Können wir nicht oder Glaube ich nicht Sehr schön Sehr schön Zuna Yoshi Sawada Und Vegeta Bam 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 Gut Dann schauen wir mal Ja toll Ja Hilfe Oh Gott Manche glaube ich echt Die Computergegner sind genauso stark wie menschliche Gegner Bisschen aufladen Und dann wird das schon So Au Und natürlich werde ich direkt danach noch getroffen Und noch ein bisschen Hier reinhauen Okay Bam X-Burner Und damit ich weiter draufhauen kann Ah verdammt Ich hab nicht lange genug gedrückt Ich Idiot Ah Okay Das war nicht schnell genug ausgeführt Okay Aua Nope Keine Chance hier gegen mich Sollte ich eigentlich sagen Ah Dammit Die machen schon wieder ihren Victory Burst Und irgendwie haben wir es wieder geschafft Die Gegner zu trennen Das ist nicht gut Äh Lass mich mal kurz den anderen hier Oh Hilfe Oh Ah Wie kannst du nur mein Special abwehren Okay Äh So Also wirklich viel Schaden Mach ich gerade mit ihm nicht Thank you Ah Sehr schön Das war ein schönes Special Äh Ich musste ausweichen Ich hatte keine andere Chance Außer im einfachen Grund Äh Bisschen ausweichen Und dann Ah Sehr schön Down Gut Einer ist da Und dann helfe ich mal kurz Vegeta X Okay Ah So Damit sie mal ein bisschen Ruhe hat Und ein bisschen Victory Burst Wobei das mit Zina ja nicht ganz so einfach zu treffen ist Also ich muss da schon noch Auf andere Aktivierung warten Okay Aber sie möchte sowieso sein Special aktivieren Dann machen wir das mal Ja Okay Oh Ich bin auch down Okay Nicht gut So Vielleicht kriege ich noch mein Special einmal durch Please Au Vollkommen daneben Vollkommen daneben Sehr schön Okay Ich muss natürlich wieder auf den anderen aufpassen Ja 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 Ich hab's kapiert Au 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 Nein Sorry Keine Chance hier Okay Schlag mich Ja Sehr schön Und dann kann ich ein bisschen draufhauen Ah Verdammt Das war zu spät Dann konnte ich schon nichts mehr machen Nope Ah Sehr schön Oh Okay Jetzt haben wir nur noch einen K.O. übrig Egal Das sollten wir trotzdem schaffen Ich hab noch relativ viel HP Ah Ich hab kein Ich hab kein Stamina mehr Oh Nein Okay Au Nicht von beide Seiten Bitte nicht von beide Seiten Lass mich in Ruhe Au Nee Okay Ah So Mich wenn ich jetzt noch etwas hin kriege Oh Shit Okay Ein Mist 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 Oh Das war Nicht so gut Haha Äh Das war bescheiden Den hätte ich noch besiegen möchten Mann Doof Aber gut Was soll's Nächstes Mal besiegen wir die Ich glaube wir sollten nochmal trainieren Ich glaube wir sollten nochmal trainieren Das war So Ich bin Danke Tschüss Ich bin Wo Ich bin großartig Oh Ich bin Ich bin Das war's für heute. Das war's für heute.